Willkommen zu einer neuen Folge, zu einem neuen Let's Play zu Cyberpunk und ich weiß, ihr seht jetzt gerade nur den Bildschirm, eigentlich ist das keine Folge, ich wollte nur zeigen, wie ich Cyberpunk starte, man, doch man sieht das, das fängt ja gut an, Cyberpunk spielen. Ich musste vorhin ein Update runterladen, wäre natürlich jetzt ein Fail, wenn ich es wieder müsste, aber ich habe 29 GB druntergeladen und ich glaube, ich glaube, das funktioniert. Was ist das? Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie eine solide 30! Zehn davon aus Haywood! Geht doch nichts über Gangkriege! Dazu ein toter Polizist, also seid ihr alle sowas vorne im Arsch! Sowas stimmt das NCPD persönlich! Während in Santo Domingo ein neues Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. Soviel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euer Tag in der Stadt der Träume! Ich habe hier nicht umsonst Zeva stehen. Es ist notwendig. Denn es ist der Hype! Cyberpunk ist da! Cyberpunk ist real! Acht Jahre haben wir gewartet. Und jetzt ist der Scheiß draußen. F-F? Zu quiftiger. Ja, mach ich! F-F-II. Transfer da jeder. Ja, ähm... Ne, ich sag dir hier keine Letzte. Kann ich dir dieses Ding eigentlich ausgeschievous. Also, schon Letzte. Ähm... äh... Also... Ach, du eingeschievous. Denn, ähm... Was hier passieren wird ist, dass das Spiel viel zu laut ist und ich jetzt den Stream starte.